So, sind wir hier beim Frühstück, um 6 Uhr, wie ich das gehört, gibt es hier allerhand von kalt über warm. Eier, Gemüse, Reis, Pantfest, Nudeln, wenn man sich vollhauen, Würstchen, da sind die ersten, da ist keiner da. Hier gibt es auch noch jede Menge Obst und Sushi und Wurst und alles mögliche. Wenn ihr da nichts findet, da wird es dann schwierig. Dann noch jede Menge warme Sachen wie Huhn, Gemüse, und hier noch jede Menge Nachtisch, süße Sachen, Brot in allen Variationen. Ziemlich heftig, würde ich sagen. Richtig, jetzt gibt es einen Golfplatz mitten im Flughafen. Wenn einem langweilig ist, kann man dann Golf spielen. Das ist ein Golfplatz. Das ist ein Golfplatz. Das ist ein Golfplatz. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.